Ich habe hier gerade mein Schlafsetup direkt am Wasser aufgebaut. Das ist eine echte Schlange? Tim Hamel hat ein Video geladen, hat 9610 Abonnenten, also gerade noch auch in der Grenze, wo es passt. Seven vs. Wildcard, meine Bewerbung für Staffel 2. Äh, Auffrisch online, schon recht viele Aufrufe und, ähm, mal gucken, äh, was er Feines gezaubert hat. Da haben wir auch schon mal ein paar Videos hier im Stream geguckt. Also, let's go. Und rein da. Reloadiac aka Chris. Ey, dreh doch eine Bewerbung für die zweite Staffel 7 vs. Wild. Ey, dreh doch eine Bewerbung für die zweite Staffel 7 vs. Wild von Chris. Warte mal, 16. Das war gestern. LP? Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch zu einem neunten Video auf meinem Kanal. Heute mal etwas anderes und ein etwas kürzeres Video, wer es wahrscheinlich schon gesehen haben. Das Video geht knapp über acht Minuten oder in dem Rahmen acht Minuten lang. Und, ähm, ja, ich bin hier oben auf diesem Turm drauf, auf diesem alten Gerüst. Ich habe hier schon mal eine Nacht drauf verbracht. Geile Location. Und mich hat es heute hierher zurückverschlagen. 7 vs. Wild Staffel 2. Ja, schreiben alle. Sieht aus wie Fritz Bruder. Lull. Es steht an, Freunde, die erste Staffel. Die meisten haben sie wahrscheinlich geguckt und jetzt kommt eine neue Staffel raus. Oder es wird eine neue Staffel rauskommen, für die es eine Wildcard geben wird. Das heißt, es darf einer teilnehmen, der irgendwie aus der Community ist. Richtlinien gibt es auch. Der darf nur unter 10.000 Abonnenten haben. Die habe ich ja noch nicht. Ich blende es einmal hier ein, wie viele Abonnenten ich derzeit habe. Ey, krass. Warte mal. Er hat 8.600. Er hat das Video wahrscheinlich gestern oder vorgestern geschnitten. Und er hat jetzt einfach 9.600. Einfach mal kurz durch das Video 1.000 Abos gemacht. Geil. Ist doch cool. Und ich habe mir gedacht, Freunde, wie soll es anders sein? Ich will dabei sein. Ich habe da Bock drauf. Und deswegen drehe ich dieses Video hier. Ich habe mir gedacht, ich will das Video einfach hier an so einem schönen Spot starten. Direkt oberhalb von diesem See stehe ich gerade. Das ist wirklich ein geiler Spot. Auf dem Gerüst. Nichts Illegales. Natürlich habe ich die Einverständniserklärung. Und kurz zu meiner Person. Wer mich noch nicht kennt. Ich bin Tim, 23 Jahre alt und mache jetzt seit knapp zwei Jahren YouTube. Noch nicht ganz zwei Jahre, aber fast zwei Jahre. Lost Places, Biwaks, Wanderungen, Kajaktouren. Wirklich alles, was in dem Outdoor-Bereich einfach vorhanden ist, führe ich aus. Und deswegen glaube ich, dass ich da eigentlich schon ganz gute Karten hätte bei dem Projekt. Man darf den Mund nicht zu voll nehmen. Ich glaube, das wird eine ziemlich harte Sache. Aber genau deswegen habe ich Bock drauf. Ich hatte schon viele Abenteuer. Aber ich glaube, dieses Abenteuer wird einen an seine Grenzen bringen. Deswegen möchte ich teilnehmen. Und habe mir heute gedacht, wir werden so einen kleinen Tagesausflug machen. Ein paar Spots anfahren. Und einfach Zeit draußen verbringen bei diesem wunderschönen Wetter. Es ist noch relativ früh. Ich habe noch nichts gegessen und noch nicht gefrühstückt. Das heißt, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einem kleinen Frühstück hier oben. Und wie gesagt, dann fahren wir einfach ein paar Spots an. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Ich habe hier einen kleinen Daypack dabei. Da ist ein bisschen Stuff drin. Und natürlich auch ein bisschen Kameraausrüstung. Aber halt eben auch ein bisschen was, um jetzt hier... Ist das ein Bier? ...um zu köcheln. Das Ganze wird auf dem Esspit-Korrer stattfinden. Ne, das ist Öl oder was? Ne, das ist Öl. Ich dachte, er zündet sich erst mal zum Frühstück ein Bier rein. Der ist einfach schön klein und kompakt. Es kann halt nicht immer alles so laufen, wie man will. Und dann kann es auch mal so ein Ei zerdeppern. Ja, dieses Video soll einfach dafür da sein, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Und einfach mal, um zu zeigen, was ich alles mache. Und deswegen machen wir halt einfach auch ein paar unterschiedliche Sachen. Ich liebe es halt, draußen generell Zeit zu verbringen. Aber auch einfach draußen ein bisschen zu köcheln. Und deswegen fangen wir auch... Das ist die Frage, wie viel man so köcheln kann auf so einer tropischen Insel, ne? Ganz einfach damit an. Und wie kann der Tag besser starten als mit einem kleinen Frühstück? Ich möchte euch noch einmal so ein bisschen die Umgebung zeigen. Da kommt wieder ein Zug angeprasht. Da ist ein kleiner See. Hier bin ich hochgekommen. Man kommt hier auch nicht so einfach hoch. Wir müssen uns auch nachher wieder abseilen, um runterzukommen. Was? 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 Abseilen? Das will ich sehen hier. Und ja, hier auch noch so ein schöner See. Turkisblaues Wasser. Hier wurde schon das ein oder andere Video gedreht. Unter anderem auch ein Bloßbau-Video. Und ich glaube, dieses Bild spricht für sich. Ein Messerchen ist natürlich auch mit dabei. Ich erlebe aber auch nicht nur Abenteuer draußen in der Natur. Wie zum Beispiel ein schönes Winterbiwak mit Lagerfeuer, wo wir mehrere Nächte im Tiefschnee übernachtet haben. Uns eine kleine Schneehöhle gebaut haben. Oder auch einfach so im Wald sind und dort biwakieren. Oder an krassen Orten. Da waren schon wirklich viele dabei, die mir ein bisschen an die Substanz gingen. Und auch nicht nur Auslandstour. Nein, ich bin auch in Städten unterwegs. Und mache da kleine Selbstexperimente. Und zwar meine Obdachlose-Experimente. Bei denen ich halt für einen gewissen Zeitraum auf der Straße lebe. Ich habe das Ganze in drei unterschiedlichen Städten gemacht. Das erste Mal in Kassel, wo ich wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit hatte. Das zweite Mal in Hildesheim, wo auch wirklich heftige Gespräche dabei waren. Und ich sogar wirklich 48 Stunden mit einer hilfsbedürftigen Person die Zeit verbringen durfte. Wir hatten krasse Übernachtungen in der Stadt, im Parkhaus. Und jetzt zu guter Letzt noch auf Madeira in Funschal gemacht hatte. Ah krass, okay. Da habe ich tatsächlich bisher noch nicht reingeguckt. Ich habe immer die Vorschaubilder gesehen. Und was darf nicht fehlen? Eine Avocado. Das Ding heißt Avocado. Und damit würde ich sagen, erstmal eine kleine Stärkung. Ein bisschen die Sonne schon mal genießen. Und dann gibt es auch gleich den ersten Spotwechsel. Guten Appetit. Was wirklich krass ist, ich mache mir jetzt schon enorm viele Gedanken darüber. Über dieses Projekt 7 vs. Wild Staffel 2. Obwohl ich gar nicht dabei bin oder noch gar nicht in Frage kommt, dass ich dabei bin. Aber eben wie ich mich verhalten würde. Was meine ersten Schritte auf dieser Insel wären. Und irgendwie hängen meine Gedanken. Ja, hau mal raus. Was wären denn deine ersten Schritte? Lass es mal ein bisschen teuer. Ich bin 24-7 Tag täglich. Einfach nur bei diesem Projekt würde ich mir was krasses bauen. Wie würde ich es bauen? Würde ich mir vielleicht sogar eine Art Klamotten selber machen. Wie so eine Art Tarzan-Shirts hier unten aus irgendwelchen Blättern und sowas. Also es ist wirklich krass. Das Ganze nimmt mich wirklich mit. Oh, so. Was haben wir da Schönes? Die Acht ist eingehakt. Das Seil auch. Dort hinten festgemacht. Natürlich wären Seil-Schonern noch besser. Aber für dieses eine Mal geht das. Okay. Er hat auf jeden Fall hier noch Abseil-Action mit dabei. Was schon mal ganz geil ist. Seil kommt von unten. Was immer schon mal ein bisschen risky ist. und Industrie-Klettergurt. Ja, ist nicht ohne die Abseil-Situation jetzt. Weil das gibt gleich diesen Klack-Klack-Geschichte. Da brauchst du krass Körperspannung. Du musst dich dann so reinpendeln lassen. Mal gucken, wie er es macht. Ah, hat er nicht gezeigt. Hat er nicht gezeigt. Scheiße. Weil. Das eine Mal geht das. Hier steht er nämlich jetzt noch da. So. Und hier in der nächsten Szene hängt er schon drin. Das ist ja genau dieser Punkt, wenn du stehst beim Abseil-Bupp und eigentlich musst du dich nach hinten und dann platzt du da so rüber. Das ist nicht ohne. Wenn das Seil von oben kommt, ist es tatsächlich ein bisschen einfacher. Und bei der Treppenstufe, sorry, dass ich jetzt hier so klugscheißer, aber bei der Treppenstufe wäre das ja sogar möglich. Er könnte, das sei ja sogar geil, von oben kommen lassen. Dann ist das, ne, könnt ihr euch vorstellen, mit dem Kipppunkt, wenn das von hier ist, oder von oben, dann ist der Kipppunkt, der Winkel anders. Aber Fachkram. Besser, aber für dieses eine Mal geht das. Aber hat er nicht gezeigt. Schade. Weil eigentlich klappt es da jetzt an der Stelle. Und runter. Ich stelle mir natürlich aber auch die Frage, wie ist er denn dann hochgekommen? Aber trotzdem ein bisschen Action drin. So, und dank dieser einfachen Abseiltechnik hier, mit dem Achter, kann man jetzt an einer Seite das Seil hier ziehen und dann kommt das Seil auch runter. Und da ist es. Perfekt. So sieht es aus. Fährt da Industrie. So, und angekommen, dort ist das Riesending. Megacooler Spot. Sachen wurden verstaut. Und jetzt heißt es kleiner Spot. Aber da wurde sich ein bisschen Mühe gegeben, da wurde ein bisschen überlegt, was kann man machen, was kann man zeigen. Finde ich gut. Flugwechsel. Mir läuft die Suppe hier die Stirn runter. Ich will natürlich wieder an den See und weiter Zeit draußen verbringen. Wir müssen nur eine Kleinigkeit holen, dass ich mich auch auf dem Wasser fortbewegen kann. Und da müssen wir jetzt erstmal hin. Und der Weg könnte ein bisschen holprig werden. Also ab durchs Gelände und ein bisschen Offroad fahren. Okay, jetzt kommt ja ein bisschen Offroad-Session. Also ich muss jetzt ein bisschen Offroad nach Hause fahren und da möchte ich ganz gerne mein Kajak holen. Ich hatte erzählt, dass ich mich auf dem Wasser fortbewegen möchte, aber auf jeden Fall wieder an den See möchte. Es ist super warm. Wir haben es 22 Grad, mittlerweile auch 13.12 Uhr. Und jetzt heißt es noch ein bisschen durchs Gelände hier und das Kajak holen und dann zum nächsten See. Macht auf jeden Fall richtig Spaß, hier mit den Puschen unterwegs zu sein. Die habe ich jetzt seit einer Woche, Ultrarreifen, und bin mega zufrieden damit. Ich bin hier gerade mitten in der Natur unterwegs und fahre hier gerade diese Felsstraße lang und habe hier gerade gesehen, dass dort unten ein Fahrrad im Fluss liegt. Und das muss nicht sein. Ich glaube, das hole ich jetzt erstmal raus. Oh, jetzt spielt er die Karte noch. Clever. So, ein bisschen auf Umwelt-Naturschutz mäßig. Aber geil. So, und da kann das stehen bleiben. Da stört es keinen. Und dann kommt der nächste Dulli und schmeiß es wieder rein. Circa 5 Minuten Fahrt noch. Gerade noch so ein Wasserloch durchquert. Das Wasser war echt tief. Ich bin da schon mal durchgefahren vor längerer Zeit. Da war das flacher. Jetzt war es schon tief, aber wir sind gut durchgekommen. Und genau, jetzt holen wir das Kajak und dann ab an den See, Freunde. Es ist sowas von warm. Die Temperaturen steigen. Es sind schon 25 Grad. Deswegen, jalla und ab zum See. Das ist, glaube ich, eher so ein Wildwasserkajak, ne? So ein kurzes, kleines. Steuern wir mal auf die Potence hierzu. Und tatsächlich habe ich hier auf dem Bagger beziehungsweise hier unten auf so einem, auf diesen Bojen drauf übernachtet. Da stand der Bagger nur noch ein bisschen anders. Ja, und dann habe ich hier eine Nacht drauf verbracht. Mensch wie jeder andere. Ich habe mir erstmal hier ein Eis mitgenommen. Das werde ich jetzt hier verköstigen. Und ich trinke auch das ein oder andere Mal gerne mal ein Bierchen. Ja, also ein ganz normaler Typ. Und in diesem Sinne, Prost auf euch. Beschreibung. Ja, es wäre cool, wenn ihr auch an eure Grenzen geht und keine Ahnung, und ein Abenteuer lebt. Tim geht erst mal ein bisschen mit dem Kajak unterwegs. In der Sonne isst ein Eis und trinkt ein Bierchen. Tschölich. So, und wer mich auch bei Instagram verfolgt, kennt diese Stelle hier höchstwahrscheinlich. Ich fahre mal hier in diese Bucht rein. Da hängt ein Seil. Da habe ich schon die ein oder andere Story gemacht. Gerne mein Instagram mal auschecken. Schöne Affenschocke. Und genau, man kann sich hier an diesem Seil wunderbar ins Wasser schwingen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ja. Mir hat mal ein weiser Mann gesagt, hab Vertrauen ins Material. Ja. Je nachdem, was für Material das ist und von wem und so. Habe ich aber nicht. Drei, zwei, eins, gib ihm. Wichtig ist, am höchsten Punkt loslassen. Es gibt Leute, die trauen sich da nicht und dann klatschen die wieder zurück. Habt ihr alles schon gesehen? Sicherlich in so Videos. Ich habe hier gerade mein Schlafsetup direkt am Wasser aufgebaut. Das ist eine echte Schlange? Ich dachte im Thumb, nee, das wäre eine Felgschlange. Nee. Das ist eine echte Schlange. Was hat es mit dieser Schlange auf sich? Mitten dieses Urwaldes hier. Und ich habe ein bisschen Besuch gekriegt. Man sieht es hier schon an meinem Hals. Und auch hier an der Hängematte habe ich so ein paar Besucher gekriegt. Servus. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hä? Tin, der Schlangenmann. Was ist hier los? Ein etwas anderes Video. Man kann sagen, ein Bewerbungsvideo für die zweite Staffel. Seven vs. Wild. Ich bin bereit, an meine Grenzen zu gehen und habe mich schon mal ein bisschen mit denen... Okay, damit hat jetzt keiner gerechnet. Sagt ehrlich. ...bewohnern der Insel vielleicht vertraut gemacht. Ja, das ist cool. Das ist da. Hat da hinten raus, glaube ich, nochmal cool was gemacht. Und in diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja, krass. Hat er hier erst mal die Schlange gezündet. Wo auch immer er die jetzt da her hat. Was hat es mit diesen Schlangen auf sich? Wurde einfach nicht gesagt. Ähm. Okay. Wir machen wieder eine Abstimmung. Ergebnisse ansehen. Bum. Okay. Oh. Okay. Wir haben das erste Mal hier über 50%. Sogar weit über 50%. Ähm. Wie gesagt. Tim hat unter 10.000 Abonnenten gehabt. Also alles fair. Auch wenn er jetzt vielleicht seit zwei Jahren schon Kanal hat. Einige Leute von ihm kennen. Aber irgendwo mussten wir eine Grenze ziehen. Und wie gesagt. Deswegen haben wir gesagt. Ey. 10.000 ist eine gute Grenze. Von daher alles nach offiziellen Regeln. 82% schon. Ganz wichtig, um das nochmal zu sagen. Wir gucken uns viele an. Das heißt aber nicht, dass der mit den meisten Prozenten, mit den meisten Jahrprozenten tatsächlich wirklich auch, ähm, dann dort den Platz kriegt. Sondern das ist quasi eine Einschätzung der Community, um zu gucken, blablabla. Im Endeffekt werde auch ich das nicht entscheiden. Sondern das entscheidet das Orga-Team im Hintergrund. Aber, äh, geil. Damit haben wir auf jeden Fall, äh, die erste Bewerbung, die über 50% hat. Weit über 50%. 82%. Also bisher von dem, was wir gesehen haben, äh, sagt die Community, die Leute, die im Chat sind. Ey. Von den vier, äh, Videos würden wir Tim als ehestes da sehen. Ne, war doch cool. Oder? Sehr schön. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja.